10 Minuten Adrenalin, 10 Minuten Hass, Ärger und Ausrastern, das alles heute im Super Mario Maker 100 Mal auf schwierig 3, 2, 1 und ja, nun hier 10 Minuten werden wir hier in diesen 10 Minuten hier Part 1 hier im Expertenmodus, heute werden wir hier Vollgas geben, ihr habt 10 Minuten Zeit, tja, so werden auch die anderen Parts werden, denn ihr werdet die Spiels dann speichern und es heißt Hass, Ärger und Bowsers Robot Factory, das ist das erste Level dieses ersten Parts. Was? Fail Nr. 1 in den 10 Minuten. Fail Nr. 2. Ich werde keinen überspringen, weil dieser Level wird. Na. Ja. In 10 Minuten habe ich immer das erste Level. Hä? Ähm. Ich verstehe bloß Bahnhof. Hä? Hä? Okay. Alle Parts werden so 10 Minuten langweilig, dass er wird, ne. Puh. Ach, ne. Okay, dann mache ich es eben ohne Bowser. Hä? 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 Okay, die 10 Minuten werden dann hier echt schwer. Wir senken hier immer noch im Level Nr. 1 fest. Hä? Okay. Ich weiß nicht was bringen, denn der ist ein cooler Name, aber, den verbringt in 10 Minuten. Wenn wir in den 10 Minuten nicht saften. Wenn ich so fail in Nether. Haha. 90. Das Level mag mich nicht. Lass diesmal fest. Das Level mag mich nicht. Der Bowser hat jetzt nicht geklappt. Jetzt klappt es nicht. Was ist heute mit mir los? In Part 1? Okay, Part 1 wird leider hier. Oh, Mann. Ich habe ein paar... Ich stehe immer noch im ersten Level fest. Hä? Okay, jetzt bin ich weitergekommen, aber in den 10 Minuten... Okay, Speedrun. Ich finde einfach keinen Weg da vorbei. Und das in 10 Minuten, oh je. Einfach kein Thema. Ja, ich glaube, ich muss es speichern, weil... Mit Pause habe ich das? Hä? Da war ein guter Name, aber der Level ist so schwierig. So, ein japanisches Level, wo ich nicht kenne. Ah, anders als... Ist da. Ja, so klar. Hä? Hä? Ach! Kann das sein, dass da ein Stand liegt? Ich glaube mal, die 10 Minuten sind sowieso gleich vorbei. Ach, nee. Ach, nee. Okay. Hm? Ähm, wisst ihr was? Ich... Ich werde jetzt einmal aufhören, weil in den 2 Minuten die Level zu schaffen... Nee. Also, da war Part 1. In diesen 10 Minuten leider nichts geschafft. Ich würde sagen, in Part 2 wird es besser. Bis dahin. Einmal mal Zeit. Und sau. Euer CrazySmeet. Ja.